Joa ja heilig ist ja heilig ist er nicht ganz nahm ist auf ihn und willkommen zu einem video von sieger oder ihr kanal schießt so wie genau sie hat jetzt ein match gemacht ist der 66 hat jetzt equipment hatten und sie sagt auch noch was ja was sie machen soll adit aktiviert oder was anderes ihr könnt ihr könnt auch bei ihr unten in den kommentaren schreiben was sie machen soll ich persönlich finde dass die adit machen soll und ja ihr könnt sie auch abonnieren und in der beschreibung ist ein ist auch ihr link und ja viel spaß beim ansehen des videos und bis zum nächsten mal die leute und willkommen zu einem neuen 80 video von mir ich hoffe die musik ist jetzt nicht zum lauten hintergrund und wie man hört benutze ich jetzt mein neues headset und ja wie man sieht habe ich auf match gewechselt ja weil ich schon übelst lange bock auf match habe und es irgendwie nicht geschafft habe oder kein bock hatte auf die scheiß quest ja aber sag ich schon mal meine clip ist reinste müll also kein müll aber es reicht mir einfach da kann mir jemand was sagen du hast low equip ja nur und die topwaffe ist noch für die skill punkte und spiel eh kein dg aber mir ist das wie gesagt so was von rille also ja mein wohl geht bis 13 geile zeitenwändige 9 9 plus 9 habe ich dann hol die 9 9 plus 5 und feuer magie 50 plus 3 und ja in der kleinen sache hey irgendwelche kinder zu ganz schön labern dass ich über den läster und sonstiges ich sag mir habt ihr keine hobbys oder warum müsst ihr sowas erfinden ganz ehrlich und dann screen das doch einfach wenn ich eingeblich sowas von läster oder oder macht irgendwas anderes aber erzählt ihm nicht so eine scheiße weil ich habe andere probleme als über einen youtuber zu lästern was bringt mir das überhaupt was bringt mir das eigentlich also und was bringt euch das ich meine er muss mich ja anschreiben und fragt mich dann und ich sagte das stimmt nicht und ja fertig wie gesagt eben hört auf so eine scheiße zu erzählen sonst sonst ja sonst will ich auch nicht aber lasst es einfach was bringt ja und ja weil ich am samstag beziehungsweise beziehungsweise ich wollte einfach ein ende ein video raus bringen habe ich habe es nicht geschafft oder ja weil ich wie gesagt also mein charakter gemacht habe über das wochenende die ganzen quest und ldt war ich brauche noch ein level und dann bin ich raus aus der form aus der ldt form halt und ja das mache ich mir noch also mache ich mir nicht noch also kriege ich noch so gesagt haben die 45 mit 57 prozent klar ob ich weiß jetzt nicht und ich hoffe es rauscht nicht so sehr bedoll sonst rastet sie doch aus äh dann werde ich meine alten rassi verkaufen wenn ich meine anderen habe und dann ich habe noch 5,7 kacke und dann kommen ja noch die resti dazu die ich verkaufen werde und dann werde ich train auf ein ice mage und ja ich habe das schon aufgesagt werde train 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 ich bringe auch nebenbei videos raus also ich bringe gerade nicht so viele trader videos raus aber ich versuche es weil jetzt habe ich ja mein mage was ich wollte ich habe mein wuldig und mein gezeiten bändiger mir fehlt nur noch ein 1 9 plus 13 oder plus 9 weiß ich noch nicht muss gucken wie ich halt lust habe und so und beim train gibt es ja viel konkurrenz und wenn ihr eine akt 4 folge wollt oder att folge dann schreibt mir das bitte in die kommentare ich brauche noch 8 abos dann habe ich 200 geknackt und dann werde ich auch ein abo special machen und schreibt mir bitte auch in die kommentare was ihr als abo special haben wollt ob ich eine copyright machen soll und ging es ein raid und da kaster kaster raid oder alle drei untereinander also so gesagt abo raids oder meine aktiv folge die erste richtige akt 4 folge als abo special obwohl ich sowieso eine recke aber scheiß auf ich fahre mir eigentlich nur punkte wie man sieht ne ein kill yeah nee aber schreibt einfach die kommentare was ihr sehen wollt scheiße meine musik ist weg ok doch nicht was gibt es noch zu erzählen ja was gibt es noch zu erzählen ja ich werde wirklich ich verspreche euch werde es versuchen heute oder die woche noch ein aktiver video auszubringen wenn ihr es denn sehen wollt gibt dem video einen daumen hoch damit ich sehe dass ihr eine akt 4 folge sehen wollt oder schreibt einfach in die kommentare att ich werde die t sehen ich will akt 4 sehen bitte 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 weil meine videos haben bestimmt über 100 aufrufe wenn ich über 300 und schon noch 4 likes und 3 dislikes und ich habe keine vorschläge in die kommentaren oder schreibt mich noch an was sie sehen wollt einige schreibt mich in das anja ich will es straight sehen wann kommt wieder 1 jetzt bin ich auch gut von euch dass sie mich anschreibt und das sehen wollt weil ihr soll mir ja auch sagen was ihr sehen wollt dass ich vorschläge habe also ihr macht mir vorschläge was ihr sehen wollt dann mache ich das für euch sehr gerne und wenn ich mal wieder eine musikvideo ausbringen soll vielleicht auch diese woche also diese woche minuten noch zwei videos oder so muss ich gucken aber schreibt mir bitte in die kommentare ob ihr sowas sehen wollt akt 4 adt musikvideos äh raids arena 101s ähm ldt na gut ldt werde ich heute nur ein level machen sind zwei hornzeiten vielleicht dann gehe ich erst mal gar nicht mehr ldt also ok und das wollte ich noch mal kurz gesagt haben und tja das war es jetzt auch von mir danke dass ich wieder geguckt habe und so und bis zum nächsten mal mal